Hallo da, herzlich willkommen zum 65. Teil meines Lego Coruscant Mox. Sorry, dass ich die letzten 20 Tage kein Video hochgeladen habe, aber ich musste an der Uni jetzt 17 Credits abschließen, bevor überhaupt die Prüfungsphase angefangen hat. Darum war ich ein bisschen akademisch beschäftigt. Anyway, heute gibt es per se keine Update-Folge, sondern eher ein Haul-Video, weil sich im Laufe der letzten drei Wochen sehr viele Lieferungen angesammelt haben. Und wir werden jetzt Lieferung für Lieferung durchgehen. Also, zu den Steinen. Nun, auf den ersten Blick kann man ja gut erkennen, es sind ziemlich viele, wahrscheinlich zwischen 5.000 und 7.000 Steinen. Ich habe jetzt nicht explizit gezählt, aber so als grobe Schätzung. Das Ganze werden wir brauchen für die erste Bauphase des Outlander Clubs. Zur Erinnerung, hier unterhalb des Wolkenkratzers kommt ein Nachtclub hin, der heißt Outlander Club. Und die erste Bauphase beinhaltet eine Fundamenterhöhung. Das heißt, diese sechs Baseplates, die werden um rund 5 cm erhöht. Und ich baue eine Art Kreis in der Mitte, eine kreisförmige Vertiefung in der Mitte, für eine in Phase 2 kommende, runde Scheibe, die dann den Boden des Clubs darstellen wird. Anyway, gerade weil ich jetzt das Fundament baue, gibt es in dieser Phase noch sehr viele graue Teile. Es gibt auch Teile, die besonders häufig vorkommen, wie zum Beispiel diese 2x6 Bricks oder auch die 2x4 Bricks hier. Da haben wir ganze Taschen gefüllt mit denen. Also schätzungsweise gibt es je 1.000 Stück von der jeweiligen Sorte. Dann hier aus China bestellt waren billigsten 16x16 Plates für die Fundamenterhöhung. Wir haben hier auf der Seite ein paar, die wir auf dem Lager hatten. Leider ist der Bedarf für das Smog deutlich höher, wie ihr kennen könnt. Es sind wahrscheinlich um die 90x16x16 Plates, die wir verwenden werden. Ja, und dann gibt es hier vorne sehr viele unterschiedliche Teile in, sage ich mal, geringeren Mengen, die dann eingebaut werden. Unter anderem sehr viele Wedges, um eben dann diesen Kreis, diese Vertiefung in der Mitte zu bauen. Ja, aber das werdet ihr sowieso alles im Laufe kommender Wochen sehen. Dann diese Lego-Taschen beinhalten 2x4 Fliesen und Plates sowie 2x3 Fliesen und Plates. So, soviel zu den Steinen. Jetzt fahren wir mit den Maeve Wolf Bestellungen fort. Beginnen wir gerade mit diesem Poster, mit diesem Kunstdruck hier. Das war, wenn ich mich nicht ehre, etwas, was man beim VIP-Shop kaufen konnte gegen diese VIP-Punkte. Ich fand das Design noch ziemlich nice, darum habe ich es bestellt. Hier werden diverse Lego Star Wars Minifiguren dargestellt aus verschiedenen Jahrgängen, anfangend mit 1999 bis und mit 2024. Also gerade hier zum Beispiel ein Name, ein bisschen eine Figur, die bis jetzt offiziell gar nicht erschienen ist. Dann habe ich dieses Giveaway erhalten, das man ab einer bestimmten Kaufsumme bekommt. Das ist ein Droidentransporter. Ich glaube, das Besondere an diesem Set ist die Tatsache, dass diese Pilotdroiden eine besondere Bedrohung auf der Brustplatte haben. Was letztes Endes diese Minifigur exklusiv macht und wahrscheinlich das Set dann ziemlich teuer. Dann habe ich noch diesen AAT Mini-Panzer erhalten. Ich bin persönlich jetzt kein Fan von diesen Mini-Modellen, aber ja, habe ich es anyway bekommen. Vielleicht verschenke ich das an irgendjemandem, wer weiß. Was auch spannend ist, sage ich mal, das dritte Geschenk ist diese schwarze Box hier. Hierbei handelt es sich um eine weitere Stavos, sage ich mal, Medaille. Die Box muss man ein bisschen auseinanderziehen, damit man an den Inhalt gelangt. Das dauert eine Weile. Ja, und hier drinnen befindet sich so eine Münze. Diesmal ist die Münze dreidimensional. Ja, und interessanterweise hat man hier so ein Stück Plastik, wie ich gerade merke, oder Plexiglas. Dieses ist bedruckt und zwar mit einem X-Wing. Und man kann dieses Stück Plastik mit der Bedruckung hin und her schieben, um wahrscheinlich das Anvisieren des X-Wings vorzutäuschen. Und auf der Rückseite, ja, macht jetzt natürlich auch umso mehr Sinn, hat man dann diese Frontscheibe eines TIE Fighters. Ich nehme mal an, dass das, ja, das Raumschiff Waders sein soll. Ja, also ich finde es ziemlich nice und gerade wenn man das mit den Medaillen aus dem letzten Jahr vergleicht, ist es, ja, ein bisschen kreativer gestaltet, sage ich mal so. So, bevor ich diese große Box hier öffne und euch das neue, ja, Lego Star Wars UCS Set in meiner Sammlung vorstelle, das ich mir gekauft habe, möchte ich euch noch dieses Star Wars Magazin zeigen. Ich kaufe dieses Star Wars Magazin eigentlich nur aufgrund der Figuren, beziehungsweise habe ein Abo abgeschlossen, sprich ich bekomme die Anyway monatlich in den Postkasten reingeworfen. Diesen Monat gibt es hier einen Five of Wars Spezialisten, den man auch in einem Battle Pack erwerben kann. Dann ganz klassisch eine Karte, Sammelkarte, diesmal mit einem Palpatine. Und was ganz neu ist, sind irgendwelche Jubiläumskarten hier. Die gab es so in den vorherigen Ausgaben nicht. So, jetzt kommen wir zu der letzten Bestellung, der größten Bestellung. Hierbei handelt es sich um ein UCS Set, genauer gesagt um ein UCS X-Wing Starfighter. Auf jeden Fall freue ich mich mal das Set aufzubauen. Falls ihr euch ein Speed Build davon wünscht, schreibt es gerne in den Kommentaren. Ansonsten bin ich eigentlich durch mit den Einkäufen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr freut euch auf die kommenden Corsant Mockupdates. Bis dahin, wie immer, liked das Video, abonniert den Kanal und empfiehlt mich weiter. Bis zum nächsten Mal.